Guten Tag, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5, wer will So, wenn es euch gefällt, dann lasst gerne ein Like, ein Abo da Und heute probier mal ins Gefängnis zu Komm Das ist er mit dem kleinen Baby Nö, dem kleinen Baby Der hat gesagt, er möchte mitmachen Du schreist mir die Regeln vor, einfach Nein Bin ja gefühlt gezwungen dazu, Ja zu sagen Hallo, nicht so oft Sind eben jetzt FPG da im Dienst, nur so nebenbei Und? Die können mir gar nix Ich weiß nicht, ob der da ist von gestern, der uns kennt Den klatsch ich weg Eigentlich müssten wir ja keinen Platzverweis mehr haben Nö, aus Kann wieder gut fahren Ja, dann hätte er sagen müssen, wie lange Hat er nicht Nö Denk mal, nur für den Abend gilt das Sonst werden wir es gleich wissen, wenn wir um MD aufkreuzen Tschüss Tschüss Ich bin die Motorhaube abgefahren Boah, fährt das Scheiße Als wir wieder Freunde probieren würden, ins Gefängnis zu kommen Ui, Gefängnis Ja, hoffentlich sitzen wir nicht zu lange Ja Ich kämpfe auch gar 8 Stunden im Knast zu sitzen Weißt du, was wir da machen können? Das ist nämlich die höchste Strafe, glaube ich Mehr werden der irgendwie War das aber knapp Was können wir dann machen? Ja, nix Nicht viel Da können wir Pornos schauen Oh Mann Die Zeit müssen wir dann absitzen im Spiel So, und? Was müssen wir sie sehen? Äh, doch Sonst kommt es dann raus Äh, runter Letztes Mal, wo ich im Gefängnis saß, ging es schnell runter Ich saß in dem Knast hier Jetzt kann ich nichts dazu sagen Oh oh Ach du Scheiße Ach du Gott, warum sind sie so viel Müllwagen hier? Was ist denn hier passiert? Hallo? Was ist denn hier passiert? Hä? Hallo? Ja Was ist denn hier passiert? Hallo? Ja Warum stehen sie so viel Müllwagen? Wie geht's ihnen? Gut, und dir? Ach gut Ich hab mal ne Frage Ja Ist jemand ein Enddealer hier? Ich weiß nicht, ob er, ich glaub nicht Können sie mal Warum sind diese Ja, weil wir gerne mit wem was besprechen möchten Dann setzen sie sich da drinnen einmal auf dem Wasser Warum stehen hier so viele Müllwagen, wissen sie das? Äh, hier war vorhin ein Ein, der nicht, einer der nicht erwünscht war Achso, sie meinen, achso Ja gut, ich weiß, wie sie meinen Morders Na, ein Zauberer Das sind die Morders Ach scheiße, jetzt muss ich versuchen Oh man, das wird aber Oh, Nativgera- Oh, das wird aber nix hier Ja, wenn sie, wenn sie sterben wollen Ich weiß nicht Oh, oh, oh Äh, ne, das wird, glaub ich, nix Na komm, das schaffste Na komm, mach einfach Das schaffste Musst du ja auch schon mal durch Musst du einfach nebenbei Vorwärtsdrücken Nicht so hoch, nämlich auch Vorwärtsdrücken Das schaffste Das schaffste Ja, hier kommt jetzt, da komm ich nicht durch Na doch, schaffste Soll ich probieren Na komm, lass mich mal probieren Warte, oh, du bist zu dick wahrscheinlich Ja, das dachte mir auch gerade so Das wird kritisch Der kann aber gut fahren Kontakt Hallo Wollt Ihnen nur sagen Sie müssen aufpassen Da ist Neely Ja, die sind alle wirklich Fickt Oh, ihr ficken Ui Ach, nix Wir können nicht schon wieder leben Oh, nee Wer ist er denn? Na, Lenny Der kleine Baby Lenny Au Lenny Warte Medic 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 wird gerufen Ich muss kurz Dings anziehen Das Dings Ui Dürfen wir mitkommen? Nein Also wir kommen gerne mit Oh, oh Lade Genaus Hey, die Tür der Hände ist offen Oh, Mensch Ach, schön, dass wir keinen Platzverweis mehr haben Baby Baby Oh, oh Lenny Wir wollen nur Frieden schließen Kommen Sie her Darf sie sich doch nicht so Ah, mit Hand Die bleiben hier drinnen Ah, die können doch aus dem raus Oh, Mann, sind die dumm Ja, den Hauptzugereingang können sie nicht zumachen Nee Weg Na, wenn sie nach oben kommen, dann ist schwierig Hallo Ah, nee, den kennen wir doch Den haben wir doch schon mal einmal geholt Hallo Ja Liegen Sie Liegen Sie halbmärkt hier auf dem Boden Das wir Geiselraum Ui Geisel Kann ich den mitnehmen? Nein Wow Nehmen Sie den einfach trotzdem mit Er hat Nein gesagt Er macht es trotzdem Ich habe den nur hier reingelegt Ist aber mein gutes recht Oder nicht Doch ein Geisel Ja, die sind gerade weggeflogen Oh, die Schwänze Oh, wo kommt die Mucke her Ich habe mich mal erschreckt Das sind die zwei Volkdeppen hier Hallo Keine Oh, nee Keine Karnevalsmusik hier anmachen Oh Erika Ach, kennst du den wohl Natürlich kenne ich den Song Das ist Karnevalsmusik Ja Pack den Keks Ja, ich höre sowas auch nicht Schade, dass keiner da ist Latsch Da war ein Weg Hä, aber es sind doch genügend da Ja, aber noch nicht hier Wie Lenny keinen Bock auf uns hat Latsch Wollen, wer kann die ganzen Müllwagen mal irgendwer wegräumen Das ist ja hier Der Katastrophe Guck mal nach ganz oben Parkhaus Ja Da liegt ein Boot Aus dem Weg Latsch Ein Boot liegt da oben Ein Boot Aber hier ein Motor Tut mir aber leid Ja, Hogus-Pogus hat er gemacht Hat er euch gut gemacht Zauber Ist ein Zauberstab geschwungen Alter Und fährt auf der falschen Fahrseite Vor allen Dingen Oh, was ist denn jetzt in sein Hallo, wenn du nicht Du stehst im Weg Ja, aber das ist ein medizinisches Department Wie viel Schmerzen Geld wollen sie Und was haben sie denn alles dabei Ja, gut Haben sie gleich Waffen, die man ankaufen kann Äh, nö Die Waffen habe ich keine Haben sie überhaupt Waffen Oder könnten sie vielleicht mal einer Gang beitreten Haben sie Waffen? Äh, nö Nö Habt sie beide keine Waffen? Nö Wozu? Warum nicht? Die sind keine Schwerverbrecher Gegenfrage, warum sollten wir eine haben? Ja, vielleicht wenn sie doch mal eine Gang beitreten wollen Wollen sie 10.000 und wir vergessen die ganze Sache Ähm Ich würde mal hier jetzt sagen, dass ihr beide jetzt mal die Hände hoch macht, Mann Mensch Gib ihr mal alles, was du hast, Mann Ja, dann müsst ihr aber zur Bank Ich wollte gerade sagen, ich habe auch kein Bargeld dabei Was? Was du dabei hast Ja, nix Du kannst uns kontrollieren, ich habe nix dabei 100%ig? Ja, ich habe nur ein iPhone Hast du? Ich habe nur ein iPhone Ein Phone Dann gib ihm mal ein iPhone Warum? Ist doch meins Es gibt ja Ja, okay Ja, okay Ja, warte Ja, warte Wie geht das? Den zweiten Finger Ja Ja, äh, achso Zweiten Finger Hab ich gesagt, ja Drück halt der 4 Drück halt 4 Okay, dann auf Geben Geben, ja Okay Hab ich gemacht Du solltest da halten haben Du musst das Phone gedrückt halten und dann in den Eben ziehen Ja Aber wie brauchen sie das Phone, das bringt dir doch eh nix Sie haben doch schon eins Ist mir scheißegal, red nicht Ja, ich gib's ihm Ja Drück all der 4 Drück all der 4 Drück Drück So ein Idiote Ja Was für ein Arsch Ich hab doch gesagt, du sollst verhalten, dass wir drücken Hatte nicht zugehört Hallo Jetzt doch Warum hast du es nicht gemacht? Ja, wetten, du liegst bewusstlos da? Ja, wahrscheinlich Aber wenn ich Hätt ich eher gedrückt, wärst du am Boden gelegen Das wäre aufs selbe hinausgekommen Ja, ich hab doch gesagt, du sollst schon vorher halt der 4 drücken Da warte, bevor du beitretest Ich wette doch mit dir, dass er doch da ist Haben sie wohl keine Waffen? Nö Nö Was? Nö Und ich gebe ihnen nicht mal Geld? Ich hab ja eh, wir haben eh kein Wackel dabei Nö Der hat mich ja auch durchsucht Und was hat er gefunden? Ein Handy Nenniete Ja, nix, außer ein Handy Ja Und das Handy ist auch nicht viel wert Was kostet das Handy? Keine Ahnung 100 Euro, glaube ich 1000 Ja Kannst beitreten Hätten wir, werden uns gleich erschossen? Mahlzeit Danke Hätten erwartet noch Das steht noch da Ja Ja Geht er gleich wieder, Alter, viel drücken Ja, scheiße gelaufen, ne? Ja, Troller Pflege, Banger und Schuhe Krieg deine Mutter Ach, so hab ich schon gemacht Ah Krieg deine Mutter Was bringt dir das jetzt? Sinnlose Munitionsverschwendung, du Trottl Blöder Spaß, ey Oh, man spüht das gleich ab Oh, man spüht das gleich ab Ups 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 Oh, hoppala Fick deine Mutter Kleine Eier hast du Der hat doch keine Eier Das stimmt, der hab ich gefressen, seine Eier Stück Spaß, ey Der kann nur außer Bedrohung nix Und außer wegknallen Diese Spatzenhirn Ja, danke, ne? Halt deine Maul Verpiss dich Boah, dein Beuchspiel Halt die Fresse Halt die Fremde Ich bin 80 Jahre alt Ich spiel ERP Haha Schön für dich, fucking nice Geil, geil, Troll, ne? Man sieht die ja immer zweimal, ne? Vielleicht könnt ihr später wieder draußen anziehen So ein Wichser Und was bringt die denn das? Äh, nix Ja Außer, dass ich sie in Zeitplatz reinmachen kann Tja Das nenne ich mal Rache Richtig für die War ehrlich Mit dem Helium fliegen Oder wer war mit dem Helium fliegen? Das war der Magic, der Lenny Eigentlich darf man können die Madics töten, ne? Darf man abgesehen Na, der hat sich selbst umgebracht Oh Mann Wie dämlich Der Hubschrauber ist im Kopf explodiert Selbst schuld Die hab ich nicht richtig gesehen Ich hab nur gesehen, dass er gebrannt hat Oh, wie süß Jetzt hilft er noch nach Mich gefangen mit Gang Schade, dass ich ihn nicht höre Wenn man mal umkreist liest Dann würde ich sagen Na, wie ist es so, da zu liegen? Aber der Rot hat auch grad irgendwie Spaß Da den Magic zu töten Oder was er noch mal vor hat Ja Da wär ich auf seine Seite Hui Oh, Alter Jetzt kommt der Magic und holt den anderen Magic hoch Wow Da kann uns Also Freunde, ihr hättet sehen müssen, was passiert ist Ja, ich hab ja geklippt Ja Das hättet ihr filmen müssen Das finde ich aber regelrecht unfair Wenn wir jetzt jedes Mal am Boden liegen Dass die echt jedes Mal ver... Mahlzeit Mein Baby Wo ist unsere Karre hin? Achso Da hin Ich weiß auch nicht, warum deine Magic weggeknallt hat Die Karre Weggebumst Was auch immer Dagegengefahren ist, weißt du? Ist alles sinnlos Ich weiß sogar nicht, welcher Magic Oh Ich weiß sogar nicht, welcher Magic das war Hauptsache der eine hat uns geholfen Ja Also beschweren wir uns trotzdem noch Ja, bei Lenny Na, nicht bei ihm, sondern wegen ihm Ja, wegen ihm Nicht unbedingt bei ihm direkt Alter Oh, da war er Der Rot, äh, der Lina noch Hier? Ja, das war er Nee, der hatte doch, glaube ich, nicht so einen großen SUV Der hatte so eine Mercedes, äh, so eine C-Klasse Boah Falsch, Parker Ja, hier sieht's eh aus, ey Hier sieht's, oder? Die ganzen Müllwagen müssen wir weggeräumen Ach, ist da nicht das da? Mit der C-Klasse Der Linen Ja, glaub schon Ja, egal Irgendwie sind die alle gleich, also in meinen Augen Und dann macht er mal einen Punkt mit Haaren Bist du Medic? Dann geh mal bitte kurz weg Ja, ich hab geschrieben, ich hab Hallo geschrieben Hallo Hallo Herr Officer Hey, ich hab, äh, in Punkt ist der Tado geschrieben Guck mal hin, das hier Nee, das ist so Oh mein Gott Oh mein Gott, Alter Oh mein Gott Kommtest du mit, Baby? Äh, nö Was ist mit dir? Der hat ein Problem Was ist ihre Mission? Ja, aber auch hier zu sein Was ist deine Mission? Da kein Hab zuerst gefragt Ah ja Was haben wir gemacht? Wollen sie eine Anzeige haben? Wegen Beleidigung? Ja, hol Hol, mach mal Können sie die gern kriegen Polizei steht da hinten Jo Ja, können sie sich aussuchen Lappen So ein Blöd, Mann, ey So ein Wichser Na komm, wir freuen zu LPD Lass, ich markier mal Bitte Jetzt kann er mich mal am Arsch Lecken Alter, was ist hier? Ist das schon wieder umgezogen, das PD, oder was? Nee, das ist hier oben, aber immer, ey Ist das auch schon immer noch Guck mal nach oben, hä? Sieht's bei dir auch so backig aus? Ah jo Alter Was mit ihm? Junge, was Alter, wie sieht's hier aus, ey? Ja, au Oh nein Hier sind Zauberer Gewesen, meinst du? Ja, oder noch Jetzt kommen wir nicht Da müssen sie anders fahren Ach, da ist noch ein aktiver Zauberer da sogar Weil, wenn's Bummen macht Und außen, guck mal, wie's hier aussieht Ich hab übelst Kopfschmerzen Nee Er hat irgendwann Stadion platziert Du musst weiterfahren Oh, jetzt ist alles weg auf einmal Nee Ah, jetzt geht alles weg Ja, scheinbar ist grad jemand dabei Ist auch gut so Da hab ich grad ein Zauberer da Nee, der war schon vorhin da Ich denk mal nicht, dass er da war Warum gab's grad ne Explosion? Was ist mit ihm? Wer ist das überhaupt? Äh, hallo, hallo Olli, 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 Olli Garst nicht, Olli, Olli Todesflächig, bitte Olli, Julian, Julian, Julian Was ist WhatsApp? Was macht sie? Was ist WhatsApp? Kenn ich nicht Er ist im Kopf, glaube ich Ich bin grad nicht anwesend Was ist WhatsApp? WhatsApp kenn ich nicht Ah, meine Fresse Ja, du geht nicht ran Nimmer von Olli hab ich nicht Ähm Ach, welcher M-Dealer ist das überhaupt? Kenn ich nie Kenn ich ja nicht War nicht Lenny Zum Glück Der ist auch abkommen einfach, wo ich mich beschweren wollte Tschüss Also nicht Lenny, sondern Ja, ich weiß Weil ich mich beschweren wollte Na, der eine wollte uns auch nochmal helfen So lieb von ihm Wie lieb von dir Ui Jatsch Achso, da kriegen wir Parkverbot Auch brauchen wir ja hier Nicht Ja Lieb bei M Nee Steig aus Gut Immer kontrollieren, ob die Türen zu sind Oh, ist abgeschlossen, die Karre Keiner da Kein Eingang? Oder gibt's hier noch einen? Nee Efter PD Ist das einzige PD? Gibt nur eins Es ist ja abgeschlossen Äh, da stand er aufgeschlossen Bei mir steht jetzt zu zu Der Schlüssel hat gesponnen Das ist das einzige PD, also noch einen gibt's nicht Ja, die meinen auch gerade sind irgendwie im Einsatz Bleib mal kurz hier dran Hier ist jemand Oder täuscht das Oder war Oder war, ja Datsch Mutschako Mal gucken, ob er rangeht Die kleine Baby Nee Wahrscheinlich nie Und wer macht sonst eine Ansage? Oh, der ist da Oh Ich hätte jetzt einfach einen Termin vereinbaren Und das wir kommen sollen Ja Und denkst du, dass er rausschmeißen wird Wenn man keinen Platz verweist Können wir so meinem Chef direkt mal über Lenny beschweren Hervorragend Ich weiß nicht, was Lenny dann sagt Dann kommt Lenny mich auch aufs MD, muss er dann Oh nein, du kannst hier nicht langfahren Ja, siehst du, war doch noch nicht jemand da Nee Das ist einfach nur despawn Wahrscheinlich aus dem Sichtfeld, weißt du Ja Ist keiner da Ist keiner da, der es wegmachen kann Ich glaube, du kannst hier auch nicht langfahren Nee Kannst du nicht Du musst anders fahren Wir müssen anders fahren Wieder im Autohaus vorbei Ja, ich weiß Warte Ich weiß doch gar nicht, ob man das überhaupt dürfte Ich auch nicht Ich kenne die Regeln hier nicht Aber das sind ja eigentlich Bugs, wenn du danach gehst Eigentlich Ja, guck, hier durchfahren Ja, hier waren wir ja vor uns auch Wir hätten auch fahren müssen Da hätten wir jetzt nicht langfahren können Die eine Straße wegen dem ganzen großen Mit dem großen Gitter, was auch immer das sein möge Wollen sie eine Route? Äh, nö Nach dem Weg zum M-Deep können sie mittlerweile Ach, geht Aber hier ist es nur noch geradeaus Ist eigentlich nur noch geradeaus jetzt mittlerweile Na, nicht ganz Die eine hätten sie links fahren müssen Es gibt mehrere Wege, dein Ja, es ist, es gibt mehrere Wege Na, ich bin nicht Lammenschnecke Ja, deswegen, äh, ein bisschen langsamer fahren Haben sie Kopfschmerzen? Ne, hat ein bisschen weh getan, aber Soll ich das noch einmal machen? Ne Ne, das ist der Herr Angang, aber das haben sie aufgelegt Hab ich aufgelegt Hm Der Klang, ich bin nicht dran Aber sie schreiben eine Nachricht Ich klingel jetzt noch einmal Hm Der würdet ja eh mit uns reden Ja Und wir müssen uns eh beschwören Ja, das machen wir alles in der Dann nennen wir noch nächste Folge Ui Ne, einer weiter Ach, ist doch egal, hier kommt man auch lang Hm, ne, nicht wirklich Müssen sie mit dem Bummelweg fahren Ach, dem fahr ich gerne den Weg Der macht mir nix Aus Ja Also Freunde, da würde ich sagen, das war's jetzt mit diesem Video Lasst Like und ein Abo da Vergangen die Video Beschreibung Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder Tschüss 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 Vielen Dank.